Mein Name ist Michael Kress und ich freue mich heute hier einige Ergebnisse aus meinem Master mit euch zu teilen. Während meines Masters habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, ob Programmierung auch für uns als visuelle Designer und Designerin etwas zu bieten hat. Programmierung denken jetzt vielleicht einige von euch. Mit Grafikdesign hat das nun vielleicht nicht sehr viel zu tun. Aber eins nach dem anderen. In meiner Präsentation führe ich euch durch drei Bereiche, welche mich während meines Masters beschäftigt haben. Bevor wir nun aber direkt in das erste Thema reinspringen, möchte ich noch kurz einige Worte zu meiner Person sagen. Ich selber habe keine spezifische Computer- oder Informatikausbildung absolviert. Die erlernten Fähigkeiten, welche ich in dieser Präsentation anspreche, habe ich mir im Verlauf der letzten zwei Jahre im Selbststudium beigebracht. Das erste Mal, dass ich wirklich von Programmierung im Kontext von designerischer Arbeit gehört habe, war 2018 auf einer Konferenz in Den Haag. Roboton. Eine Konferenz für Type, Tools & Code. Diese fand damals an der Royal Academy of Art, der KABK statt. Damals lag mein Interessensschwerpunkt hauptsächlich noch im Bereich Typografie und Schriftgestaltung. Und ich freute mich auf eine zweitägige Konferenz mit viel Typo-Input. Dass Programmierung im Type-Design eine Rolle spielt, war mir zumindest nicht komplett unbekannt. Aber welchen Stellenwert genau, sollte ich erst dort kennenlernen. Von 15 Talks hatten insgesamt neun einen ausschließlichen oder zumindest sehr relevanten Coding-Bezug. Es gab Vorträge zu Python 3, zu selbstgecodeten Plugins für Robofont und bei einem Vortrag namens 99 Proof Small Batch Distillery Overflow Resistance G-Sub GPOS Table Packing, bin ich mir bis heute nicht wirklich sicher, worum es genau ging. Ich bin ehrlich, ich habe in diesen zwei Tagen wirklich fast nichts verstanden. Eine Sache ist mir dafür aber umso mehr im Kopf geblieben. Drawbot. Drawbot ist ein Programm, um Grafiken zu erzeugen. Das Interessante daran ist, dass diese Grafen nicht per Maus und Tastatureingaben entstehen, sondern durch das Schreiben von Code. In Drawbot programmiert man seine Grafiken. Was das genau heißt, möchte ich ganz kurz an einem simplen Beispiel zeigen. Stellt euch die Aufgabe vor, in einem Programm eurer Wahl ein Rechteck zu generieren. In vielen Fällen könnte dann ein Arbeitsablauf so aussehen. Ihr wählt das Rechteck-Werkzeug an. Ihr bewegt euren Cursor auf die Zeichenfläche. Ihr zieht ein Rechteck auf. Ihr überprüft die Position und passt diese gegebenenfalls noch einmal an. Stimmt alles, dann habt ihr erfolgreich euer Rechteck platziert. In Drawbot sieht solch ein Arbeitsablauf dagegen so aus. Ihr ruft die Funktion zum Generieren eines Rechtecks auf. Ihr definiert die Parameter, also Positionen in der Höhe und Breite des Formats, sowie die Größe des Rechtecks. Die Funktion wird ausgeführt und ihr habt erfolgreich euer Rechteck platziert. In Aktion sieht das Ganze dann ungefähr so aus, wie hier neben mir zu sehen. Neben der Funktion, ein Rechteck zu generieren, gibt es noch einige weitere Funktionen, welche sozusagen die primitiven Grundformen definieren, die wir kennen. Rechteck, Oval, Dreieck, Polygon und Linie. Aktuell als Open-Source-Programm für jeden im Internet zum Download verfügbar, hat Drawbot seine Anfänge schon 2003 an der KABK während eines Workshops. Entwickelt wurde es als Lernwerkzeug, um Designerinnen und Designern einen einfacheren Einstieg in das Programmieren zu bieten. Es verfolgt den Ansatz, grafische Artefakte zu generieren. So bietet es die Möglichkeit, das Neugelernte in direkte Anwendung zu bringen, aber in einem Umfeld, in welchem wir uns als sehr visuelle Menschen deutlich sicherer fühlen. Seit über 10 Jahren wird das Programm nun schon an der KABK im Fachbereich Type Media benutzt. Hatte ich ansonsten auf der Konferenz fast nichts verstanden, war ich zumindest von dem Programm Drawbot total fasziniert und habe danach angefangen, mir mithilfe des Tools Python beizubringen. Diesen Prozess, mithilfe vom Programmcode Grafiken zu erzeugen, also zu programmieren, kennen wahrscheinlich viele von euch unter dem Begriff Creative Coding. Aber neben der Gestaltung von Grafiken steckt eigentlich noch viel mehr hinter diesem Begriff. Eine Definition beschreibt Creative Coding als Also als eine Entdeckungsreise, bestehend aus Experiment, Wiederholung und dem darüber reflektieren, was man da überhaupt gerade getan hat. Code wird hier als das Medium seiner Wahl beschrieben, vergleichbar mit Acrylfarben, Stiften oder anderen Materialien, um ein grafisches Artefakt zu generieren. Artefakt, weil etwas Grafisches im digitalen Raum nicht zwangsläufig eine Bilddatei sein muss. Ist ein Video nicht eigentlich auch nur eine zeitliche Aneinanderreihung von Einzelbildern? Um meine grafischen Artefakte, bei mir sind anfangs zumeist kurze Animationen oder Einzelbilder entstanden, zu sammeln, entschied ich mich dazu, ein persönliches Archiv anzulegen. Aus dieser Idee entstand in einer Semesterarbeit bei Professor Andreas Hogan das Projekt Coding Graphics. Während dieses Semesters entwickelte ich ein grafisches Vokabular, welches ich, anfangs noch deutlich konsequenter, für die meisten Experimente nutzte. Viele meiner ersten Experimente oder Sketches, wie man im Creative Coding sagt, beschäftigten sich mit Kompositionsstudien oder waren direktes grafisches Resultat daraus, etwas Neues im Bereich der Programmierung gelernt zu haben. Neben der Entwicklung des grafischen Vokabulars für das Projekt Coding Graphics, entstand während dieses Semesters auch eine Skizze für einen Drawboard-Workshop. Der Drang, mein Wissen zu erweitern und schon Gelerntes zu vertiefen, motivierten mich dazu. Ich denke, dass besonders in der Aufbearbeitung eines Themas für andere sich Theorien, Ideen und Gelerntes bei einem selber verfestigen. Ende 2020 hatte ich dann in kleiner Runde auch die Möglichkeit, den Workshop für einige Freunde und Bekannte abzuhalten. Mit fortschreitender Zeit und Lernkurve haben sich meine Experimente nicht mehr nur auf Kompositionsstudien beschränkt, sondern ich fing an, das Programmieren mit anderen Bereichen zu verknüpfen, zum Beispiel dem Type-Design. Ebenso fing ich auch an, andere Werkzeuge zu benutzen, darunter wohl auch das besser bekannte Programm Processing. Das Besondere von Processing gegenüber Drawboard sind die Interaktionsmöglichkeiten des Users, während die Skizze gerade aktiv ist. Diese beschränken sich nicht nur auf Maus und Tastatur, sondern die Eingabenformen könnten eigentlich alles Erdenkliche darstellen. Warum mich dies in letzter Zeit so fasziniert, möchte ich mit einem kurzen Exkurs verbinden. Neben der ganz praktischen gestalterischen Arbeit habe ich auch viele Texte zu dem Thema gelesen und mich in meiner Hausarbeit ebenso mit der zum Eingang des Vortrags gestellten Frage beschäftigt. Wie kann das Programmieren unseren Arbeitsalltag beeinflussen? Stellt man sich diese Frage, muss man sich zwangsläufig auch mit der jüngeren Geschichte von Produktionsabläufen im Grafikdesign beschäftigen. Schaut man sich diese an, wird man nicht um zwei Begriffe herumkommen. Das Aufkommen von Graphical User Interfaces, also von grafischen Benutzerschnittstellen, so wie wir sie heute kennen, und der damit einhergehenden Desktop-Publishing-Revolution. Dass Computer lange Zeit nur über Konsolenterminals bedient wurden, ist wahrscheinlich für niemanden eine neue Erkenntnis. Dass das Aufkommen der ersten grafischen Benutzeroberflächen aber etwas bahnbrechendes in der Mensch-Maschinen-Kommunikation darstellt, ist von unserem Standpunkt aus heute vielleicht schon etwas schwieriger greifbar. Kennen wir doch eigentlich nichts anderes mehr. Oder hat jemand hier schon mal freiwillig die Konsole oder das Terminal geöffnet, um seinen Computer zu benutzen? Mit Aufkommen der ersten Graphical User Interfaces Anfang der 80er Jahre hat sich also die Arbeit mit dem Computer als Maschine grundlegend verändert. Schnell hielt diese Veränderung auch Einzug in professionelle Umfelder, eben auch in die Produktionsabläufe von Grafikdesignerinnen und Designern. 1985 wurde auf dem Apple Macintosh das erste Layout- oder eben Desktop-Publishing-Programm vorgestellt. Aldous PageMaker, sozusagen der Großvater von InDesign. In Kombination mit dem ersten Drucker waren von jetzt auf gleich auch Laien befähigt, Texte zu setzen, Schriften zu benutzen und ihre Gestaltung zu reproduzieren. Diese Desktop-Publishing-Revolution ist sozusagen die Geburtsstunde von Produktionsabläufen, wie wir sie heute kennen. Schaut man sich PageMaker heute an, hat sich im Prinzip seit Beginn dieser Produktionsumstellung kaum etwas verändert. Ja, Funktionen sind hinzugekommen und es gab Verbesserungen, aber am grundlegenden Umgang mit unserem Werkzeug hat sich wenig getan. Einige Designerinnen und Designer kritisieren diesen Umstand aus heutiger Sicht. So beschreibt zum Beispiel John Gould, Designer und Designtechnologe bei Airbnb unseren designerischen Alltag so, dass wir seit 40 Jahren fast nichts anderes mehr machen als Rechtecke aufzuziehen. Oval einfügen, Rechtecke aufziehen. Text einfügen, Rechtecke aufziehen. Bild einfügen, Rechtecke aufziehen. Und so weiter. Möchte jemand mehr über das Thema erfahren, kann ich jedem nur den Film Graphic Means – A History of Graphic Design Production ans Herz legen. Aber zurück zum Thema. Roberto Arista, italienischer Designer und Programmierer, drückt es in einem Artikel, welchen er für das italienische Designmagazin Progretto Grafico geschrieben hat, so aus. The designer's work is based largely on a dialogue with monoliths of metal, glass and keramics that we understand less every day. Mit der fortschreitenden Digitalisierung nahm der Computer als Werkzeug den Platz von immer mehr Materialien ein, welche vor der Desktop-Publishing-Revolution den Arbeitsalltag bestimmten. Für uns, die wir direkt in dieses komplett digitalisierte Arbeitsumfeld einsteigen, ist das vielleicht ein etwas abstrakter Gedanke. Trotzdem kennen wir alle dieses Gefühl, manchmal unsere Ideen, unseren digitalen Werkzeugen nicht wirklich mitteilen zu können. Der Vermittler, die grafische Benutzeroberfläche steht im Weg und speist uns mit kryptischen Fehlermeldungen ab, welche wir nun wirklich nicht verstehen. Die daraus resultierende Suche nach einer Lösung auf einschlägigen Suchmaschinen im Netz ist wohl auch jedem bekannt. Nun meine Frage, seid ihr am Ende dennoch erfolgreich gewesen oder gab es auch Momente, wo ihr es dann einfach habt sein lassen? Ich hatte definitiv schon einige solche Momente. Führt mich auch direkt schon zu einem zweiten Punkt, welcher mich in meinem Master, seitdem ich davon las, nicht mehr losgelassen hat. Unsere Programme, welche wir tagtäglich benutzen, bestehen mittlerweile nur noch aus Icons, Eingabefeldern und Buttons. Alle diese Buttons sind im Hintergrund mit einer Funktion verknüpft, welche man vor dem Aufkommen der Graphical User Interfaces noch hätte eintippen müssen. Effektiv entscheidet also der Programmierer meines digitalen Werkzeugs über die Funktionen, welche mir überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Man könnte sagen, dass wir Designerinnen und Designer in eine Abhängigkeit gerutscht sind. Im Tausch vor eine einfachere Handhabung im Umgang mit unserem digitalen Werkzeug geben wir also auch immer ein Stück weit unsere Kontrolle ab. So schreiben Thomas und Martin Puschauko, Autoren der Kreativbibel des Machens, näher Machina, dass wir tagtäglich in unseren Grafikprogrammen in einem fremdbestimmten Rahmen arbeiten. Jan Middendorp, Designer und Schriftsteller, drückt es in einem seiner Texte, welche er für die Publikation Let Error Book schrieb, so aus. Now there is a danger that designers will only function properly if their creativity does not exceed the potential of their computer, if the world of ideas fits inside the world of tools. Betrachtet man den aktuellen Markt für digitale Designwerkzeuge, sieht die Realität doch eigentlich so aus. Der Markt ist besetzt von einem Monopolisten. Alle unsere Funktionen für unsere kreative Arbeit bekommen wir aus der Cloud geliefert. Aber was ist der Nachteil daran? Thomas und Martin schreiben in ihrem Buch Näher Machina weiter, dass gerade die Unterscheidung durch eine individuelle Gestaltung eine wesentliche Aufgabe unseres Berufs als Grafikdesignerinnen und Designer darstellt. Die Eigenständigkeit unserer Gestaltung und daraus resultierend auch der von uns gestalteten Produkte ist essentiell für unsere Arbeit. Sehen wir uns nicht vielleicht auch als Erforscher auf dem Weg zu neuen, kreativen und vielleicht so noch nicht dagewesenen Lösungen? Versuchen wir solche neuen und noch nicht dagewesenen Wege zu beschreiten, stellen wir zwangsläufig auch Anforderungen an unsere Programme, welche diese nicht befriedigen können. Wir haben den Tool Horizon erreicht. Besonders diese Gedanken haben mich die Roboton aus dem Jahr 2018 noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen lassen. Nicht, dass ich deswegen viel mehr von den technischen Details verstanden hätte, aber ich habe auf einmal besser verstanden, warum dort so viel und angeregt über eigene Tools und Programmierung geredet wurde. Für mich ist daher aktuell das Experiment spannend, mithilfe von Processing kleine, hyperspezialisierte digitale Werkzeuge zu kreieren, um grafische Artefakte zu erzeugen. Diese Sketche sind also nur für einen einzigen Anwendungszweck gut, in diesem Bereich aber super effizient. Für mich ist daran das Besondere, meinen Arbeitsprozess hochindividuell gestalten zu können. Es ist eine Art, sich als Designerin oder Designer mit seiner Arbeit abzugrenzen und aus diesem anderen, fremdbestimmten Umfeld auszubrechen. Am Ende geht es ja nicht ausschließlich darum, besonders perfekt nach Handbook mit der Cloud arbeiten zu können. Es geht um kreative Lösungen für gestalterische Probleme. Das folgende Projekt stellt für mich genau solch eine kreative Lösung dar und war für mich vielleicht auch das erste Mal, dass ich mich reflektiert und bewusst mit diesem Tool Horizon auseinandersetzte. PostType, Characters in Motion, ist eine interaktive Installation zu dem Thema Variable Fonts, welche bei Professor Christopher Ledwig in Kooperation mit Erik Seitz entstanden ist. Zusammen wollten wir die Grenzen von Variable Fonts austesten. Wie kann man Schrift mit dieser neuen Technologie anders erlebbar machen? Zum Zeitpunkt unserer Ideenentwicklung waren diese neuen OpenType Features schon bekannter. Illustrator, InDesign, Photoshop, alle diese digitalen Werkzeuge erfreuten sich nach längerem Warten neuer, toller Sliderschaltflächen. Während in der Typoszene schon wieder darüber diskutiert wurde, ob Slider nun wirklich die grafischen Schnittstellen darstellen sollen, mit welcher wir in Zukunft mit unseren Fonts interagieren. Angetrieben durch diese Frage der anderen Art der Interaktion suchten wir nach Ideen. Fündig wurden wir bei einer japanischen Gameshow, welche im internationalen Raum vielleicht unter dem Namen Hole in the Wall bekannt ist. Falls ihr jemand nicht kennen sollte, ist das auch kein Problem. Stellt euch einfach menschliches Tetris vor und lasst dieses Bild kurz auf euch wirken. Entstanden ist eine Installation, in welcher man als Besucher von einer Kamera aufgenommen wird. Auf einer Beamerfläche vor sich sieht man zweifarbige Buchstaben, einer statisch, der andere sich verändernd. Mithilfe eines Algorithmus, welcher das Kamerabild analysiert und Annahmen darüber macht, wo im Bild sich Körperteile der Person befinden, z.B. Hände oder Füße, lassen sich Werte generieren. Diese wiederum werden an den Font weitergegeben. Auf Basis dieser Eingabe wird dann die Glyphe neu gerendert. Anders ausgedrückt, man bewegt mithilfe seiner Extremitäten im Raum einen fiktiven Slider auf einer fiktiven grafischen Benutzeroberfläche von links nach rechts. Das alles dann in knapp 60 Einzelbildern pro Sekunde und wir haben den Eindruck einer flüssigen Animation des Buchstabens. Insgesamt haben Erik und ich zwei Semester an diesem Projekt gearbeitet, wobei das erste fast ausschließlich für die Konzeption und das zweite für die Umsetzung genutzt wurde. Gemeinsam haben wir an Idee und Gestaltung gefeilt, die ersten Glyphen für die technische Demo entworfen. Ab Mitte des ersten Semesters habe ich mich dann der Programmierung der technischen Demo gewidmet. Einfach war dieses Projekt nicht. Auf mehreren Ebenen war dieses Projekt sogar eine besondere Herausforderung. Für mich in erster Linie natürlich auch auf technischer, da ich mich in eine Programmiersprache einarbeiten musste, welche für mich komplettes Neuland war. Ich möchte an dieser Stelle aber gar nicht groß über technische Hürden im Detail reden, sondern PostType als konkretes Beispiel für den zuvor erklärten Tool Horizon heranziehen. Schauen wir uns PostType an, wäre dieses Projekt im Kosmos der Cloud so nie entstanden. Unsere Ideen wären am Tool Horizon abgeprallt. Wir hatten uns zwei neuartige Technologien herausgepickt, welche in keinster Weise miteinander in Verbindung standen. Die Brücken, um diese Lücken zu schließen, mussten speziell für diesen einen Zweck angefertigt werden. Besonders zwischen dem ersten und bis hinein ins zweite Semester gab es sehr anregende Gespräche, an welche ich mich erinnere, über das Selbstverständnis von uns Designerinnen und Designern in Hinblick auf das Erschaffen dieser ganz individuellen Lückenschließer. Dass wir neugierig bleiben müssen, was neue Technologien angeht, darin waren alle sich einig. Rückblickend fühle ich mich aber auch in meiner Position bestärkt, dass nicht nur das Wissen von dem Neuen ausreicht, sondern wir auch einen Schritt weiter gehen müssen. Zumindest einfache digitale Experimente oder Skizzen sollten mit einfließen, damit man ein Gefühl für das Mögliche bekommt. Nur dadurch bleiben wir sozusagen up to date und behalten uns die Fähigkeit eigen, Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten. Für mich ist das Konzept des Tool Horizons daher nicht nur bloß eine Theorie, sondern mittlerweile auch eine Haltung und Einstellung in meiner designerischen Arbeit. Auch im letzten Projekt, welches ich heute vorstelle, spielt diese Haltung für mich eine wichtige Rolle. Während des ersten Semesters sollten wir in einer Präsentation in einer Kennenlernrunde kurz unsere Pläne zu unserem Master vorstellen. Dort formulierte ich unter dem Punkt Mögliche Projekte die Idee einer generativen Layout-Gestaltung. Dieser Idee widmete ich mich zum Ende meines Masters. Um mich nicht komplett zu verlieren in so einer großen Aufgabe, habe ich zu Beginn dieser Arbeit erst einmal den Projektrahmen genauer abgegrenzt. Dies habe ich mit Hilfe eines Konzepts aus dem Design Thinking gemacht, welches ich von Tim Rodenbröcker, deutscher Designer und Lehrender im Bereich Creative Coding, als Magic Triangle kennengelernt habe. Im Prinzip definiert man drei Eckpfeiler für seine Arbeit und steckt so seinen gestalterischen Spielplatz ab. Da das Schöne an generativen System eben das Generative ist, wollte ich nicht mit statischen Inhalten arbeiten. Ebenfalls um klein anzufangen, entschied ich mich dazu, mich auf eine einseitige Gestaltung zu begrenzen. Neben diesen zwei Eckpunkten war der dritte, der wohl interessanteste für mich. Ich wollte meine Gestaltung gänzlich ohne die klassischen Desktop-Publishing-Programme generieren. Also kein InDesign, Affinity-Publisher, Quark-Express oder was auch immer. Da ich mich mittlerweile in Drawboard recht sicher fühlte, entschied ich mich dazu, dieses zu benutzen. Aber wie beginnt man solch ein Projekt überhaupt? Für mich stand am Anfang erst einmal die Analyse meines eigenen Arbeitsprozesses. Wie würde ich so ein Projekt in InDesign angehen? Welche ersten Schritte würde ich machen? Ich habe also erst einmal meinen klassischen Arbeitsablauf angeschaut und die für mich wichtigsten Schritte definiert, die eigentlich immer wieder vorkommen. Meistens beginnt die Arbeit damit, dass ich eine neue Datei anlege. Ich öffne also InDesign, Illustrator oder Photoshop und muss zuerst einmal meine Dokumentgröße angeben. Danach werde ich wahrscheinlich die ersten Inhalte hineinkopieren und mit diesen Inhalten dann meine Gestaltung ausführen. Aber schon der dritte Schritt stellt mich vor eine Frage in der Arbeit mit Drawboard. Einfach Texte reinkopieren geht nicht. Woher kommen also die Inhalte für die Gestaltung? Nach einigem Überlegen habe ich mich dazu entschieden, eine eigene lokale Datenbank anzulegen. Ähnlich wie in einer Online-Datenbank habe ich in meinem Projektordner eine Ordnerstruktur angelehnt. Jeder dieser Ordner stellt einen Datenpunkt dar und enthält einige Bilder und eine Textdatei im JSON-Format. JSON ist eine standardisierte Form, um Daten anzulegen und für verschiedene Programme benutzbar zu machen. Viele Programmiersprachen bieten Schnittstellen, um dieses JSON-Format zu lesen, ebenso Python. In meinem Fall beinhaltet diese Textdatei den Namen der Arbeit, einen Beschreibungstext, das Entstehungsjahr und einige weitere Metadaten. Alle diese Daten kamen aus dem Open-Source-Archiv des Met-Museums. Fangen wir also an. Wir haben nun also unsere Inhalte und unser Format. Für den Anfang beschränkte ich mich auf ein DIN-Format. Ihr werdet nun wahrscheinlich direkt zig weitere Fragen haben. Was ist mit Schriftarten, Schriftgrößen, Platzierungen? Alles vollkommen richtig. Gehen wir aber erst einmal davon aus, dass diese Fragen noch nicht wirklich festgelegt sind und die Antwort darauf so viel heißt wie, mach mal wie du lustig bist. Schauen wir mal, was Dorobot so aus unseren Anweisungen kreiert. Das haut uns nicht wirklich vom Hocker. Wie wir sehen, hat unser Co-Pilot einmal fröhlich die Würfel rollen lassen und es sieht ein bisschen so aus, als ob man sich unten in der Schriftsetzerei fröhlich ausgetobt hat. Wir sehen also, dass es einige weitere Regeln benötigt. Wahrscheinlich nicht wirklich überraschend. Definieren wir also noch einige weitere Parameter für unseren Gestaltungsspielraum. Ich habe auch diesen bewusst eng abgesteckt, um meine Entscheidungsmöglichkeiten klein zu halten und mich besser auf das Arbeiten und Erarbeiten der Skripte zu konzentrieren. Es gibt nur eine Schriftfamilie, nur schwarz und weiß und es sollen nur die Bild- und Textelemente vorkommen. Keine Schmuckelemente. Diese Ergebnisse erzeugen zumindest schon etwas weniger Augenkrebs. Trotzdem sucht das Auge vergeblich nach Verbindungen in diesem System. Nach einer zugrunde liegenden Logik. Wenn wir uns die Frage stellen, welche Werkzeuge wir für solch eine Arbeit haben, kommen wir ganz schnell zu unserer Antwort. Das Raster. In dem Buch Raster-Systeme schreibt Josef Müller-Brockmann über die Arbeit mit dem Raster als Ordnungssystem. Konstruktivistische Gestaltung bedeutet Umsetzung gestalterischer Gesetze in praktische Lösungen. Indem wir die uns bekannten Gestaltgesetze und die von uns erdachten Projektvorgaben in das Werkzeug Raster übertragen, vereinfachen wir uns die Arbeit besonders bei komplexeren Gestaltungsprojekten. Jedes Platzieren eines Elements muss nicht mehr auf alle uns bekannten Gestaltgesetze überprüft werden, sondern nur noch auf das von uns zuvor entworfene Ordnungssystem, welches im Raster definiert ist. Die Arbeit mit dem Raster ist heute im Grafikdesign etwas Alltägliches geworden. In seiner simpelsten Form, dem Horizontalraster, wird es wahrscheinlich in jeder Präsentation heute vorzufinden sein. Es bietet uns die Möglichkeit, unsere Arbeit einfacher zu gliedern, Inhalte systematisch zu platzieren und einfließen zu lassen. Fragen wir nun unserem Co-Piloten also auch, dass er einen Horizontalraster benutzen soll, um die Inhalte einfließen zu lassen. Noch ein bisschen besser. Neben dem Horizontalraster kennen wir in unserer Gestaltungsarbeit auch noch ein zweites wichtiges Raster. Das Grundlinienraster. Auch dieses übergeben wir als Anweisung an Drawbot. Da Positionen aber immer noch nicht wirklich von uns festgelegt wurden, sieht es noch etwas chaotisch aus. Textblöcke fangen auf unterschiedlichen Höhen an und teilweise ist der zweite Paragraf über dem ersten platziert. Da wir es gewohnt sind, von oben nach unten zu lesen, teilen wir unserem Co-Piloten noch mit, die Paragrafen in der richtigen Reihenfolge zu platzieren und bitte damit am oberen Rand des Formats zu beginnen. Diese Schrittreiseverregelung ließe sich noch unendlich fortführen, um somit immer näher an die von uns geplante Gestaltung heranzukommen. Damit dies aber funktionieren kann, muss eine gute Vorarbeit geleistet werden. Wie Josef Müller-Brockmann sagt, Ich habe mich an dieser Stelle dafür entschieden, Parameter offen zu lassen und Drawbot einen von mir definierten Rahmen mitzugeben, in welchem das Programm eigenständig Entscheidungen treffen kann. Mir war es wichtig zu zeigen, dass man den Computer für sich arbeiten lassen kann, aber dass der Computer an sich über keine gestalterische Fähigkeit verfügt. Alle entstandenen Varianten sind nüchternes Resultat der von mir entwickelten Regeln. Dass dabei aber auch viel Unsinn entstehen kann, ist gleichsam ein Resultat dieser Regeln. Die Gestaltung ist nur so gut wie das entwickelte Regelwerk, aber auch im Fehler können gestalterisch interessante Ansätze liegen. Die entstandenen Varianten müssen in einem nächsten Schritt von uns gesichtet, beurteilt und analysiert werden. Vielleicht lässt sich dieses Projekt auch als eine Art Design Manual beschreiben. Im Gegensatz zu den Webplattformen oder PDF-Präsentationen von Design Manuals mit visuellen Darstellungen der Gestaltungsregeln unterscheidet sich dieses aber darin, dass es seine Regeln im geschriebenen Wort speichert, also im Programmcode. Darüber hinaus ist diese Art der Verriegelung nicht nur ein bloßes Design Manual, vielmehr ist es eine Systematisierung von Gestaltungsregeln. Ein Designsystem, welches flexibel auf Medium und Format reagieren kann. Das grafische Artefakt lässt sich also als Manifestation der designerischen Regeln verstehen, welche man in seinem Programmcode festgehalten hat. Diese Art der designerischen Arbeit unterscheidet sich grundlegend zu der Herangehensweise, in welcher man in manueller Tätigkeit einzelne Gestaltungsartefakte kreiert. Es geht nicht mehr um den Entstehungsprozess eines einzelnen Medienartefakts, sondern um die Entwicklung eines spezialisierten Systems, welches nach den Vorstellungen von uns Designerinnen und Designern eine Vielfalt von Medienartefakten generieren kann. Dass diese Art von Denken über den Gestaltungsprozess in den nächsten Jahren noch eine größere Rolle besonders im Bereich des internationalen Brandings spielen wird, sieht man daran, dass große Markenagenturen schon eine Weile über Lösungen mit generativen, KI-gestützten Systemen nachdenken oder schon erfolgreich in Betrieb genommen haben. So zum Beispiel der DHL-Content-Creator von Strichpunkt. Meine Ergebnisse habe ich am Ende dieser Exploration in einem Video zusammengefasst. Ja! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.